Ja, ich hole das 90-Minuten-Ticket. Da gibt es irgendwelche Probleme, weil ich hatte eine Kundin gerade, das funktioniert ja nicht. Ja, kann ich dir nicht sagen, das war ein Abo-Ticket. Ja, ja, diese 90 Minuten, hatte ich auch vorhin zwei gehabt. Ja, das war ein Abo-Ticket. Ja, das war ein Abo-Ticket. Ja, das war ein Abo-Ticket. Ja, dann leite ich das mal weiter. Das ist kein Abo-Ticket, sondern das sind 90-Minuten-Tickets. Das ist bei mir fast gar nichts. Also nicht nur heute, sondern auch in den letzten Tagen. Ja, was hast du denn für eine Meldung im Gizträger? Einfach für ein rotes Sieg, ne? Ja, dann schreib der Fahrt zusätzlich auf mit auf den Wagenbegleitstätten, dann können wir das hier was prüfen. Ja, die Meldung, die du da hast, aber das ist ja eine Funktion im EKF-Gerät. Ja, dann kann ich das mal auf den Internet. Ja, gib das mal an Herr Korte bitte weiter. Das ist ein Ticket allgemein, die kommt rein, da steht dann rotes Kreuz und kein Ticket. Das hat mit den Fahrzeugen oder mit unseren Gelegenheiten zu tun. Wie heißt das jetzt generell bei allen Fahrzeugen? Wenn es bei drei Kollegen jetzt vorkommt, denke ich mal, dass es bei jedem so ist. Ich habe auch letztens eine Aussage von einer Kundin gehabt, dass sie das an der Insel ausprobiert hat und dort hat es funktioniert. Und bei mir im Fahrzeug nicht. Ja, ich halte mal Rücksprache mit dem Sebastian Korsen. Ich hatte eine Info bekommen, dass dieses Ticket nach Erhalt erst in der Insel aktiviert werden muss. Gleich liegt daran. Das kann nicht sein, Daniel. Ich hatte der Kunde die Weinen mit der Karte. Und auf dem Bus funktioniert er dann. Ja, okay. Hatte mir nur jemand gesagt. Hier wird viel gesagt. Ja. Also der Kollege Korsen, der ist da jetzt unterrichtet. Ja. 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 Vielen Dank.